Der Wirt trinkt sogar mit. Sehr schön. Bei jedem, den ihr trinkt, trinkt er auch und seine Frau auch. Und das wird ein sehr schöner Abend. Dobri Vächer. Oh, Ragnar, ihr sauft zumindest wie Thorvala auch, wenn ihr nicht so ausseht. Ja, das sehen wir dann morgen früh. Mein Ragnar wird einem grinsen. Denkt dran, nicht besaufen. Nein, natürlich nicht. Aber einen schönen Abend verbringen. Romilly. Wo ist meine Knappin und wo ist Evalaios? Wir sind oben in einem Zimmer. Eure Knappin ist schon am Tisch eingeschlafen. Die Reise hat sie mehr erschöpft, als es ihr anscheinend hatte. Werde die Nacht in ihrem Zimmer verbringen. Das ist nicht ganz gelogen, aber es ist halt auch die Hälfte weggelassen. Und das kann Jala mit Menschenkinderns erkennen. Ähm, ja, Lügenprobe ist erleichtert um drei, weil die Lüge gar nicht so sehr gelogen ist, sondern nur die Hälfte weggelassen. Und die Probe für Jana ist um drei erschwert, weil falsche Kultur. Da habe ich einen Punkt über. Also eigentlich neun. Sie sagt die Wunsch. Hm, dann gut, dann... Ah, sie hat genug durchgemacht. Lassen wir sie schlafen. Ich werde auch die Nacht in ihrem Zimmer wachen. Beziehungsweise bei ihr schlafen. Unsicher ist sicher. Ragnar, Zechenprobe. Yeah! Ich wünsche den Herren nun einen großamen Abend noch. Gut. Möchtet ihr noch irgendwie was besprechen? Möchtet ihr noch was trinken? Möchtet ihr die Leute kennenlernen? Oder geht ihr dann irgendwann nach oben ins Bett? Ich möchte darauf achten, dass sich niemand besäuft. Let us be round! Außer vielleicht Ragnar will. Ragnar sitzt schon bei den 18-Jährigen und spielt gerade mit den Karten. Also wenn Ragnar will, darf er. Aber der Rest kriegt auf die Finger gehauen. Ragnar legt da großen Beutel mit Edelsteinen und irgendwelchen wertvollen Gegenständen auf den Tisch und fängt dann an zu schachern. Die Leute ziehen dann irgendwelche Ringe von ihren Fingern ab und schmeißen die auch in den Pool. Sehr schön. Sehr schön. Wo hat Ragnar Edelsteine her? Cloud. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Kennt ihr eigentlich Strip-Poker? Sag ich dann mal in die Runde. Oh, da. Sehr gut. Die Frauen klingen übrigens genauso männlich wie die... Verdammte Scheiße. Ne, die Frauen sind unglaublich hübsch. Also das sind richtige Perlen. Aber gut. Sehr schön. Aber du möchtest Strip-Poker spielen? Dann machen wir Falschspiel. Oder normales Kartenspiel. Gerät- und Kartenspiel mache ich nur. Ich hab kein Falschspielen. Strip-Poker, da haben die auch 15er-Werte drin. Was? Klar, bei Strip-Poker. Tuning, das ist jetzt zu sitzen und zu spielen. Ah, okay, okay. Ich ziehe mein Hemd aus, okay. Ja. Ja, irgendwann nachts um 22, 23 Uhr. Jalan hat sich schon hingelegt zum Schlafen. Irgendwo in so ein Einzelzimmer. Äh, kommt dann Ragnar, die Tür nach oben getorkelt. Äh, er ist angetrunken, aber nicht betrunken. Und steht dann in der Unterhose mit dem Rucksack vor dir. Sein Hemd und seine Hose hat er verloren. Warte, 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 warte. Ich möchte mir eine Frau angelacht haben. Dann würfel mal mit Tören. Erschwert. Nicht erschwert. Mit so viel Geld. Oh yeah. Mit einem Punkt geschafft. Ja, ähm, interessiert die nicht. Also du bekommst einen Kuss und dann übergibt sie sich. Nicht wegen dir, sondern wegen zu viel getrunken. Mir ist aber nicht drin. Okay. Und alles bis auf meinen Beutel ist jetzt weg, oder wie? Ja, also du verlierst dein Hemd und du verlierst deine Hose. Aber du hast natürlich noch deine ganzen Wertgegenstände. Ähm, es ging jetzt nur um Strip-Proker. Das heißt, du hast dann deine Kleidung verloren. Und zwar Hemd und Hose. Verdammt scheiße. Und dann stehst du mit Rucksack in Unterhose, stehst du dann in Jalands Zimmer. Jala, mein Freund. Wo Jaland schon eine Stunde irgendwie im Bett lag und versucht hat zu ruhen. Immer noch das Krakele der Goblins von draußen. Bring die Torten raus. Jalak, Jalak. Und wie sie alle heißen. Und irgendwelche komischen Goblinschen Namen. Jaland, ich bin dicht. Ragnar. Jaland, wie geht's dir? Warum stehst du hier? Warum hast du keine Klamotten an? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht mehr. Leg dich hin. Ja. Ist das so ein schönes Doppelbett, das wir beide haben? Das ist ein 90-Zentimeter-Bett. Also das ist ein Einzelbett. Aber du kannst dich dazu legen. Du hast auf alle Fälle eine SE auf Bornisch verdient, wenn du jetzt mit dir den ganzen getrunken und gespielt hast. Und du kennst sogar ein paar Goblinsche Namen und Wörter. Ach, ich hab auch mit Goblins gezecht? Ja, klar. Die sitzen da auch ab und zu. Die vertragen zwar überhaupt nichts, aber... Ja. Ab und zu kann man Goblin rein. Perfekt. Ja, ne? Also bei Myria würde ich mir ja noch nicht so viele Gedanken machen. Aber Ragnar wird rausgeschmissen. Wie ist er rausgeschmissen? In dein eigenes Bett, Ragnar. Na gut. Ja, dann würde Ragnar da jetzt einfach noch so durch die Gegend torkeln. Wahrscheinlich beim nächsten reinplatzen. Ich murmel noch irgendwas. Anwege kein Standesbewusstsein mehr und penn weg. Anwege so... Oh, klar, ich hab dich lieb. Romilly schläft bei Myria im Zimmer plötzlich. Ja, du wolltest ja auf sie aufpassen. Und Tür wird verriegelt von innen. Ach, verdammt. Auf der Außenseite kracht irgendwas gegen die Tür. Du erschrickst dich und es dauert nochmal eine halbe Stunde länger, bis du einschlafen kannst. Ach, war wohl nur irgendein besoffener. Hast du mein Glück. Kein Einbrecher. Ich würde einmal laut klopfen. Hallo? Was? Ach. Oh gut, ich suche Ugdan. Ist hier nicht. Ich will schlafen. Ich auch. Wo ist Ugdan? Ich weiß es nicht. Such weiter. Guck mal im Schlafsaal rechts. Senor, ich bin hier. Kommt zu mir. Ugdan. Und dann hört man mal wieder ein Krachen und... Irgendwie, dass wohl irgendjemand gerade gegen irgendeine Holzwand gelaufen ist. Und dann wird zu Ugdan getorkelt. Senor, leg dich zu mir. Ugdan, ich hab dich lieb. Und dann leg ich mich zu, ebenstatt. Für einen Tor, weil da stinkst du gar nicht so sehr. Und ich hab mich seit fünf Wochen nicht mehr gewaschen. Im Mondwasser gewartet. Senor, ich kenn da einen Trick. Wie man schnell einschlafen kann. Ich habe damals versucht, immer auf meine Mutter zu warten. Sie kam immer sehr spät von der Arbeit. Und ich habe immer versucht, wach zu bleiben. Und je mehr ich versucht habe, wach zu bleiben, desto schneller bin ich eingeschlafen. Versucht das. Versucht euch vorzustellen, wie gleich deine Mutter von der Arbeit kommt. Und ihr dann noch einen Kuss auf die Wange drücken möchte. Versucht euch vorzustellen, wie gleich deine Mutter von der Arbeit kommt. Ja, Ragnar lacht auch im Schlaf. Nächster Tag. Siebter. Zar. Achtung Moks. Eine Regeneration. Minus. Eins. Nur. Mich? Wieso ich? Ich werde ja dadurch gewärmt, dass Ugdan neben mir schläft. Nein, Ugdan verzieht sich irgendwann. Der geht dann weg. Schade. Herzlichen Glückwunsch, ich habe gerade auf meine Wundheilung gepatzt. Was auch immer das bedeutet. Einen Schwarz. Den nehme ich. Oh, habe ich wieder reinbekommen. Yay. Gut. Ja, nächster Tag. Die Taverne sieht aus wie Sau. Die Würtern fegt gerade ein paar Scherben zusammen. Beziehungsweise noch richtig Bierkrüge, die nicht zertrümmert sind. Es riecht überall nach Honig. Es riecht nach Wodka. Und ihr kommt nach unten. Müsst aufpassen, dass ihr nicht in Scherben tretet. Und ihr werdet begrüßt vom Wirt Frühstück. Mh, er riebt sich beim Bauch. Wodka. Oh, Wodka. Wodka. Guter Mann, wir brauchen was zu essen. Äh, nix esse. Gefährst du im Hunger? Nix. Äh. Konter Wodka. Äh, keine Born-Toffel. Also Ragnar sitzt auch so ein bisschen so, als hätte er gerade einen leichten Kater, aber scheint der überzeugend zu sein, dass wenn er jetzt Alkohol trinkt, äh, dass der Kater wieder recht ist. Er schiebt dir nur noch eine, er schiebt dir nur noch eine Nägelstelle der Wodka rüber. Wodka, Wodka gut gegen Schmerz. Wodka gut gegen Alkohol. Sprich, sprich mir nach. Saftra. Frühstück. Saftra. Wodka. Wodka. Saftra Wodka. Dörgner. Gefällt mir ja wirklich nichts. Fürcht, ich muss dich noch einmal um Geld bitten. Noch einmal. Noch einmal. Er würde irgendwie so ein Buch rausholen, in dem er irgendwelche Finanzen überschlägt. Dann schuldest du mir jetzt ja schon mindestens. Krieg Nemrod die Rechnung, Verdammte. Aber du leistest das Geld ja nicht, Nemrod. Bist du schon mal gewirkt worden? Tatsächlich einmal, ja, in der Kneipenschlägerei. Willst du jetzt auch wieder eine vom Zaun brechen? Ich glaube, das mag mein neuer Freund, der Wirt nicht. Geben mir einfach das Geld. Und ich nick dem Wirt einmal zu und sag Wodka. Wodka gut. Genau. Wie viel Geld brauchst du denn jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht, ich muss zu einem Heiler. Hier hast du einen Dukat. Ich habe gerade eben mal den Verband hochgemacht, das fühlt sich zumindest nicht gut an. Hier hast du einen Dukat und gib mir alles auf einmal aus. Ja, ich laufe dann in die Stadt und suche einen Heiler. Brauchst du vielleicht Hilfe bei der Suche? Biete ich dir sogar als Freund gratis an. Ja, bitte. Natürlich helfe ich dir. Wir sind doch Freunde. Kommt alles übrigens auf. Schwert um fünf. Ich nütze mich bei dir mal schwert, wenn das so weitergeht. Wie will das denn? Gassenwissen da. Sollte ich die Halschaft haben, ja. Ja, direkt auf der anderen Straßenseite, neben der Halle des Quecksilbers, könnt ihr das Theronitenspital finden. Die kümmern sich ja eigentlich um andere Dinge, aber per reinige Weite werden sich auch um Jalands Wunden kümmern. Auch wenn das gerade nicht ihre Aufgabe wäre, aber sie tun es trotzdem. Ja, dann geht Ragnar einfach nur mit dem Glas Vodka raus, leutet auf das Theronitenfloster, sagt da und geht dann wieder rein. Warum sonst? Ich gebe mich geschlagen. Ich gehe da einfach mit hängenden Schultern hin. Wie zu viel Blödsinn in letzter Zeit. Wie zu viel Blödsinn. Gut, dann kannst du den Dukaten abgeben. Schreib dir mal ein W6 für die nächste Regeneration auf. Frische Wundverbände, einen guten Tee und dann bei der nächsten Regeneration ein W6 mehr. Die Frage ist eher, was sich an den Wunden machen lässt. Das, äh, da haben sie leider keine Zeit für. Zumindest nicht, wenn du diesen einen Dukaten spendest. Das, äh, wird teurer. Nehmen sie Kredit. Oder geben sie Kredit. Das sind Spenden. Ja, natürlich. Möchtest du denn, äh, ihnen versprechen, dass du, wenn du wieder Geld hast, ihnen etwas mehr da lässt? Ah, die Frage, ja. Mein guter Name sollte zwar ziemlich durch den Dreck sein mittlerweile, aber noch zu irgendwas gut. Gut, dann, äh, heilen sie auch deine Wunden. Und, äh, du fühlst dich sehr verpflichtet, dass du demnächst mal, äh, 40 Dukaten in deren Truhe tust. Kein Problem. Homily, wie sieht's bei dir aus? Äh, in welcher Beziehung? Ja, äh, Planung für den Tag. Ähm, Ragnar kommt gerade mit einem Frühstück in seiner Hand wieder nach drinnen. Und, äh, ja, wenn du dann die Treppe runterkommst, äh, was habt ihr heute vor? Zur Frage, Homily muss sich ja mehr oder weniger erstmal hinten anstellen und warten, bis die Herren wissen, wann sie sich an ihre Auftraggeber halt wenden können. Desto trotz wäre es vielleicht ganz präkant, irgendwo was Essbares herzukriegen. Und man hatte doch gehört, dass der Herr Geweihte zum Hafen wollte. Und da könnte man ihn doch sicherlich begleiten. Ja, als du nachguckst, wo er Fadaios ist, äh, wirst du feststellen, dass der ausgeflogen ist. Nicht da. Verdammt. Ich würde mal den Wirt fragen, wie teuer jetzt die Rechnung ist. Zwei Silber pro Person. Alles klar. Und ihr hattet elf Stück, also 22 Silber, sind zwei Dukaten und zwei Silber. Bezahlt gerade die Rechnung, da wird die Tür aufgeschoben von der Stadtwache. Och Gott, nicht Dietrich schon wieder. Guten Morgen, Dobri, was auch immer, ähm, schaut im Raum umher. Neben ihm kommen zwei andere Stadtwächter hinein. Also gut. War ich jetzt zum Gruße die Herren? Bin mir nicht ganz sicher, wer ihr seid und was das hier soll, aber ich habe Befehl, dass ihr mitkommt. Am Namen des Rates. Alles klar. Ja, Rechner haut sich den Vodka nochmal rein und steht auf. Nur zur Klarstellung, ich bin zu diesem Zeitpunkt noch bei der Heiler, ja. Richtig. Ja, nach und nach kommen die anderen runter, versammeln sich dann ebenso und ihr werdet in einen, ja, ihr werdet dann begleitet von drei Stadtwachen. Die sehen nicht so aus, als ob sie euch irgendwas antun wollen würden, aber es ist auch sehr entschlossen, dass ihr mitkommt und dann reist ihr in einem kleinen Zug in Richtung Norden. Wir müssten noch auf unseren Kumpan warten, der wird gerade vom Temponik nur an verarztet. Du Verräter. Wer ist der neue Kumpane? Äh, Jan Angreifen und von Schnattermoor. Der Herr Ritter vom Schnattermoor, der steht auch auf unserer Liste, den suchen wir ebenso. Er gibt einer seiner Soldaten ein Zeichen und der wird dann am Terbonitenkloster hineingehen und die anderen beiden würden euch weiterführen. Ja. Es geht nach, ja, zunächst Norden, dann in Richtung Westen, weiter in Richtung Norden. Vorbei am Rondra-Tempel und dann steht hier, ja, vor einem Gebäude, komplett aus Holz gehalten, weißer, weiße Birke und, ähm, dort ein Zeichen, dass euch ein bisschen an die Stadt selber erinnert, an das Wappen, ein Schwan, der sich darauf befindet. Götter und Kulte von euch beiden. Schwert um drei. Ja, äh, Romily, erzähl mal, der Schwan, was ist das für ein Gott? Romily hebt erst mal die Augenbraue. Hat er eh für ein Tempel? Ich hab selten gehört, dass es hier, oder dass es überhaupt ein Tempel ist, eine Tochter des grausigen Herrn Firon gibt. Äh, ich dachte, die wären hier im hohen Norden doch üblicher. Nun, ich bin eher mehr in ländlichen Räumen aufgewachsen. Nun hoffen wir einfach das Beste. Ja. Ihr solltet euch nicht wundern, äh, warum die Stadtwache euch zu einem Ifan-Tempel führt. Sagt wer? Die Stadtwache. Folgt uns einfach. Okay, wundert mich aber. Warum solltest du mich nicht wundern? Das wird sich heute später aufklären. Ja. Ja, Alan, äh, sitzt gerade auf einer der, ähm, ja, äh, Liegen und der Ifrit-Geweihte streicht gerade ein paar frische Wundsalben auf dein Knie, äh, auf deinen Hals, äh, wird gerade neu verbunden und dann siehst du, wie eine Stadtwache eintritt. Ja, Alan greift den Mund vom Schnattermoor. Der wäre ich. Ihr folgt uns jetzt, bitte. Na ja, Alan sieht wieder deutlich, äh, da fühlt sich zumindest auch wieder deutlich energetischer als noch den Tag auf der Reiche. Wo geht's denn hin? In den Ifan-Tempel. Hauptmann von Angenbruch erwartet euch dort. Ah, natürlich. Für den Weg. Ja, der Stadtwächter nickt noch einmal dem Bereinegeweihen zu und dann beginnt auch für dich die Reise dorthin. Du kannst noch, äh, einige Gassen vor dir erkennen, wie da wohl auch die anderen sind. Und, ähm, dann erreicht ihr ungefähr versetzt mit einer Minute, vielleicht zwei Minuten, den Ifrit-Tempel. Wie gesagt, aus weißen Birkenstämmen errichtet. Äh, dauert es erstmal. Ihr sitzt da drin, äh, ist es angenehm luftig, ist es nicht unbedingt kalt. Ähm, ihr könnt hier trotzdem auch Schnee überall sehen, aber es ist, es ist lauschig, sag ich mal. Vereindrungenes Bauwerk. Selbst Ragnar ist nicht kalt, der hier immer noch in, ja, seiner Unterhose sitzt, weil eben am Vortag alles andere abgenommen wurde. Und die Stadtwache hat das bisher wohl auch noch nicht weiter gekümmert. Ähm, ja. Ragnar, wie kann es sein, dass ihr euer letztes Hemd verspielt habt, aber noch einen Sack voller Dukaten mit euch rumtragt? Ihr habt was getan? Nun. Äh, man könnte es das Pech und das Glück des Spielers nennen. Wo ist es, Ragnar, ungefähr? Äh, 1,90. Okay, dann bekommst du nur temporär Romilis Umhang. Den hätte ich aber gerne bald wieder, ja? Oh, danke. Direkt ein bisschen wärmer an. Und man sieht, dass dieser, dieser fette Beutel, den er sich so ein bisschen an die Unterhose geklemmt hat, äh, den nimmt er jetzt doch lieber in die Hand. Ein, wir könnten die wohl unterwegs sein. Ja, ähm. Über euch könnt ihr jetzt hektisches Flattern spüren, hören. Wie von Tauben. Ein entferntes Gekurr von Botenvögeln? Graeftauben. Sagt er ja, Nachrichten verbreiten sich wohl schnell. Und dann kommt durch die Tür, durch die ihr eben geschritten seid, ähm, mehrere vermummte Personen. Ja, allesamt, äh, verhüllt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Überall vermummt, verhüllt, sodass man ihre Gesichter nicht erkennen kann. Einige führen Schwerter bei sich und zwei von ihnen Zauberstäbe. Noch nicht, bleibt ruhig. Könnte allerdings sein, dass wir jetzt eingeköckert werden. Die Sternwache tritt wieder an euch heran. Es ist der Hauptmann. Und ja, Jalan, du erkennst ihn, denn du hast ihn in Kunchum schon gesehen. Es ist Hauptmann Dregow von Angenbruch. Und in seiner Begleitung, etwas nachgezogen, auf einen schweren Stock gestützt, eine weißhaarige Person. Kurz geschoren. Dünne Lippen, stechende Augen. Dexter Nemroth, Reichsgroßgeheimrat und Leiter der KGA, der jetzt euch, ja, durch das Portal aufsucht. Euer Exzellenz. Ihr habt es also geschafft. Das haben wir. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr wart also nicht nur in Valusa erfolgreich, möchte ich meinen. Das Objekt steht derzeit vollständig unter Kontrolle von seiner Gnaden der Verdreigungs. Das Objekt... Blicke mich mal um. Wir stehen noch vor dem Tempel, richtig? Im Tempel. Im Tempel, aber in einer großen Kulthalle, nehme ich an. Richtig. Richtig, genau. Ihr habt ihn, das fällt hier gerade auf, immer nur in einem Tempel getroffen. Jedes Mal. Vorsichtsmaßnahmen vielleicht. Und ich... Ihr habt das Schwert dabei? Ja, sehr wohl. Magister Brennigian hat es hier direkt bei sich. Ihr solltet es vielleicht nicht anfassen. Ohne die Lappen. Nun, wir haben es eine Zeit bei uns verwahrt und wir wissen natürlich um die Effekte, die dieses Schwert hat. Es hat eine eigene Persönlichkeit, so erschreckend das auch sein mag. Ihr habt es sichergestellt. Das, was ich von euch erwartet habe. Das, was andere nicht schaffen konnten, wo andere Agenten versagt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Vielen Dank, Herr Exzellenz. Natürlich haben... ... ... ... ... ... ... Weder verifizieren noch falsifizieren. Wir werden dem nachgehen. Wagner, ihr seid am Leben? In der Tat. Ich habe... ... ... ... ... ... auf einer Dämonenarch gelandet. Glück im Unglück war, dass ich, äh, auf Yalan getroffen bin. Und das haben sie aus den Berichten bereits entnommen. Wo wieder, äh, dem Mittelreich dienen zu dürfen. Ich habe auch bereits einige Briefe aus Boran bekommen über die Aufgaben, die du dort erfüllt hast. Gute Arbeit. Ich bin froh, dass ich einen, äh, Agenten nicht verlieren musste. Sondern, dass ihr auf anderem Wege wieder zu uns gefunden habt. Wir haben immer noch nicht über eure Belohnung gesprochen, denn, äh, selbstverständlich warst auch du bei der, ähm, Expedition in Mariscan dabei und ich vergesse meine Agenten nicht. Das freut mich zu hören. Zudem habt ihr es also nun geschafft, wie ich den Briefen entnehmen konnte, dass die Dämonenarche selbst in eurem Besitz ist? Dem ist so, ja. Besitz ist ein hartes Wort. Es ist immer noch ein Dämon. Aber wir können sie kontrollieren. Ihr habt die volle Kontrolle über eine Dämonenarche? Welches Objekt ist es denn? Die Zeitenspinner. Richtig. Ihr Name ist wohl die Gezeitenspinne. Hm, kann ich eine Beschreibung bekommen? Sie ist, äh, Hörner was, 70 Schritt lang? Ungefähr, ja. Drei Decks hoch. Oben gibt es vier gewaltige Hörner. Sie gehörte Admiral Rothgeard, falls der Name etwas sagt. Es gibt zwei Aufbauten auf dem Deck. Einen auf dem Vorderdeck, ein kleines Hüttchen und einen viergeschossigen Turm, in dem oben die Navigatorinnen sitzen. Rotge, ein alter Elferdgeweiter? Ein gefallener Frieser? Richtig, richtig. Ob man von Anbruch, das klingt mir doch sehr nach Objekt 10, nicht wahr? Ei, Herr Baron. Objekt 10. Hätte mich fast abgestochen, der Bastard. Sie ist also gewachsen. Ehemals 55 Schritt. Zumindest ist dies in unseren Akten so verzeichnet. Nun also 70. Wo befindet sich die Arche jetzt, wenn ihr hier in Festum seid? Außerhalb der Stadt. Nördlich von hier. In den Sümpfen. Östlich, Hörner, östlich. Nördlich, oder nicht? Nein, guck auf die Karte. Ja, nördwestlich. Nordwestlich. Im Norden von hier gibt es nur noch Bornland, kein Wasser. Dann westlich. Ich denke auch, es war irgendwo in der Festummerbucht. So, so. Wir wollten keine ungewünschte Aufmerksamkeit erregen. Und keinen Beschuss, was das angeht. Ich bin selbstverständlich über den Inhalt der Briefe, so sie auch gesiegelt waren, informiert, die euch mitgegeben worden sind. Es gab auch noch weitere Menschen, die darüber erfahren haben, aber deren Mitteilung ich euch nicht mitgeben werde. Nichtsdestotrotz, ich erwarte einen vollständigen Bericht darüber, was ihr dort erlebt habt und hoffe darauf, dass ihr Tagebuch geführt habt, ich diese einsehen kann. Mag. Mag. Brindigian hat eifrig an einer Dokumentation der Ereignisse in der Reiche gearbeitet. Ich bin mir sicher, er wird euren Schreibern reichende Informationen zur Verfügung stellen können. Ausgezeichnet. Ich hätte auch noch eine Information, die nicht unbedingt mit der Sicherheit des Reiches zu tun hat, sondern mit der Sicherheit der Zukunft eines Markgrafen. Namentlich Trondvik von Bregelsaum. Dem Markgrafen von Warung. Wir haben seine Tochter gefunden. Ich bin über die Ereignisse informiert. Er sitzt in Garret, hat sich dort hin zurückgezogen. Seine Tochter lebt? Seine Tochter ist in die Arche eingebunden. Wir hoffen, hier in Festungen Magier zu finden, die der Antimagie fähig sind, vielleicht extrahieren könnten. Ihr wisst doch sicherlich, dass so eine Arche von Steuerfrauen befehligt wird, die mit ihr verwachsen sind. Bisher nicht. Wir haben keine Informationen oder sehr wenig Informationen über das, was sich auf dem Inneren oder dem Äußeren einer Arche abspielt. Nun, dann wisst ihr es jetzt. Diese zwei sind es. Frauen kontrollieren das eigentliche Geschöpf der Arche. Und seine Gnade der Verdaiers gibt ihnen nur die Befehle, die sie dann ausführen. Die Zerai? Ihr sprach von Pirainianer? Und Celeste. Sie sieht aus wie ihre Zwillingsschwester. Aber nach ihr wird nicht gesucht. Sie ist die Zwillings-Tochter. Ich wusste gar nicht, dass der Graf von Varong zwei Töchter hatte. Diese Geschichte unterliegt dem Verschluss. Aber dann guck kurz bitte. Hm. Natürlich. Jedenfalls sind beide als Steuerfrauen an die Arche gebunden. Hm. Einen Anti-Magier. Er blickt einmal zu einem der maskierten Menschen mit dem Stab in der Hand. Offensichtlich der Magier. Oder einer der Magier. Der nickt nur, er verschränkt die Arme und ist weg. Grauer Limbus-Nebel, der ihn umwallt. Hm? Wo ist der Mann hin? In Garret. Aber... Nein, nein. Ich würde es nicht wissen. Nun, ihr sagtet, ihr braucht einen Anti-Magier. Ihr solltet bekommen. Äh, was braucht ihr noch? Gold. Nahrung. Munition. Geschütze. So ziemlich alles. Eine Mannschaft, die damit leben kann, dass sie, äh, auf einer Dämonen-Arche kämpfen muss. 100 schwer gepanzerte Seltener, aber ich bin mir sicher, dass das hier kein Wunschkonzert ist. Ihr seid euch absolut sicher, dass ihr diese Arche kontrollieren könnt und auch wollt? Ähm. Ehrliche Antwort, oder Exzellenz? Eine absolut ehrliche Antwort. Nein, bin ich nicht. Es ist ein Dämon. Man kann ihn nicht trauen und man kann sie nicht lange kontrollieren. Und noch viel weniger gegen ihren Erschöpfer wenden. Aber. Wir haben Vertrauen darin, dass seine Gnade von Darius alles in seiner Macht Stehne tut, um Efforts Werk mit ihr zu verrichten. Außerdem hat sie einen strategischen Wert. Das kann man nicht leugnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.